da ihr alle jetzt meinen kanal fleißig teilt da ihr jetzt alle meinen kanal fleißig nein ich heiße arno ich bin morgen für youtube egal was ihr fangt seht eure fänge an als das was sie sind eine dankbare entnahme aus der natur behandelt sie nach links und wumms links seht eure fänge an als das was sie sind eine dankbare entnahme aus der natur behandelt sie dementsprechend also schonend und weitgerecht und nachhaltig auf den daumen nach oben hinterlasst der ruhe entlang möchte ich euch einmal die einzelnen ich bekam die dinger nicht gestellt nicht gesponsert nicht geschenkt nicht sonst irgendwas ich habe mir die von meiner eigenen schwer verdienten kohle verdient die unterschiedlichen die unterschiedlichen und da die kameraden nur sehr selten an die oberfläche kommen sind sie über die gleich die sicherten hinweis auf das die entstehung der regenbogen nein die entstehung der regen wo die und der regenbogen nach mal im regenbogen es ist sehr schwierig den genauen zeitpunkt der entstehung der regenbogen